Okay, meine Lieben, wir machen heute mal ein Experiment. Ich habe hier eine männliche Stimme im Hintergrund. Und wir sind heute unterwegs mit der Frage, was bringt dir eine Auseinandersetzung mit deiner sexuellen Intelligenz für dein Business? Ja, lieber Mr. X, Anonymität gewartet. Was würdest du sagen? Ja, hallo erstmal, schön, dass du da bist. Sehr gerne. Was würdest du sagen? Thema Sexualität, sexuelle Intelligenz. Warum ist das gut fürs Business? Der Sex hat mit Fortpflanzung zu tun, mit Durchsetzungskraft, gerade im Männlichen. Mich richtig durchzusetzen, nichts fortzupflanzen, mich zu vervielfältigen. Das, was ich auf die Welt zu bringen habe. Von daher ist das schon sehr, sehr wichtig. Und das, ja, da eine Intelligenz zu haben. Das dient dem eigenen Erfolg. Auf jeden Fall. Ja, das ist ein sehr, sehr spannender Aspekt. Ja, für Tantrika ist das schon seit tausenden von Jahren klar. Das ist eine wirklich alte, alte Kunst der Meisterung der eigenen sexuellen Energien. Und zwar diese Energien nicht nur für die Fortpflanzung zu nutzen, sondern das Ganze im übertragenen Sinne. Das heißt, die eigenen Ideen in die Welt zu bringen, ja. Pläne umzusetzen und mit der sexuellen Energie zu arbeiten, setzt quasi dein eigenes Potenzial frei, deine Kreationsenergie, deine Kreativität. Und gleichzeitig bedient diese Energie auch die Selbstheilung im Körper. Das heißt, wenn du lernst, wirklich die sexuelle Energie sinnvoll für dich zu nutzen, kannst du deine Vitalität steigern. Ja, du kannst energiegeladener sein. Die Sachen sind leichter im Flow, wenn du wirklich auf allen Zentren deiner Intelligenz und auf deiner Ebene des Entscheidens und Fühlens und Ausdenkens, wenn wirklich all diese Ebenen zusammenarbeiten. Und wenn es nicht, ich sag mal so, unterschwellige Sabotageprogramme gibt. Ja, Programme, die einem selbst innewohnen und einen davon abhalten, Erfolg zu haben. Die einen dazu bringen, ja, nicht an sich zu glauben oder zu denken, ach, das kann ich nicht oder das klappt nicht. Und mit sexueller Intelligenz kannst du ganz leicht und einfach auf allen Ebenen dich ausrichten auf dein Ziel und wirst Erfolg haben. Ja, wenn du das Thema spannend findest und wissen möchtest, was die sexuelle Energie noch für dich tun kann, für dein Wohlbefinden, für dein Erfolg, für dein Business, dann vereinbare einen Energy Call bei uns in der Sexual Flow Academy und wir schauen, was du genau machen kannst, um, ja, auf das Level der Genialität zu kommen, was dir vorschwebt. Vielen Dank für deinen Mut, dass du bis hierher zugehört hast und zugeschaut hast, denn das ist heute nicht selbstverständlich, ja. Wir nähern uns hier wirklich einem Thema, was heute immer noch sehr unter Verschluss ist. Also, lass die Neugier siegen und melde dich bei uns. Alles Liebe, bis bald.